Ja, hallo, das ist Musikmarazin und bei mir ist jetzt ein Gast aus der Schweiz. Er heißt Luca, er heißt nicht Henni, sondern Little mit Nachnamen. Ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo zusammen. Du hast ja mit deinem Debütalbum Big vor knapp drei Jahren irgendwie schon ein ordentliches Werk abgelegt. Also ich kenne es leider noch nicht, aber zumindest haben die Radiohörer von Radio24 dich oder das Album halt zum Album des Jahres gewählt. Wie war das damals für dich so als Newcomer von einer Radiostation in der Schweiz halt wirklich so hoch gehandelt zu werden? Das ist natürlich im ersten Moment eine Riesenüberraschung und wir hatten auch das Glück, dass wir halt unsere Fans mobilisiert haben. Das war ja ein Voting und da haben wir gesagt, wenn wir schon nominiert sind, also das war schon cool, dass wir da drin in der Auswahl sind. Und da haben wir gesagt, dann gehen wir in die Vollen und legen los. Und da hat es geklappt. Sehr gut. Wie fing das bei dir mit dem Musikmachen an? In welchem Alter hast du losgelegt? Das war immer irgendwie da. Musik war immer präsent und dann wirklich so engagiert. Also wirklich als Solokünstler habe ich dann vor fünf Jahren oder so begonnen. Aber ich hatte immer irgendwie Bands oder Musik gemacht. Deshalb war es immer, ich kann dir nicht sagen, wann es angefangen hat. Also auch so durch den familiären Background oder was? Oder gar nicht mal so? Also mein Bruder hat oft so Punkmusik gemacht und auch für so Fansigns geschrieben und irgendwie bin ich da so in Kontakt gekommen. Ich mache zwar heute keine Punkmusik, aber trotzdem hat es mich sicher geprägt so. Und das Nachfolgealbum hast du mir mitgebracht, Locomotion, ist im vergangenen Dezember wohl erschienen, richtig? September. Ende September. September, okay. Und bis jetzt auch gerade, habe ich gesehen, irgendwie mit Amy McDonald unter anderem unterwegs gewesen. Genau. Sie hat in der Schweiz fünf Konzerte gespielt. Die wollte da nicht im großen Saal spielen. Sie hat gesagt, mache ich fünfmal eine kleinere Show und da durfte ich dann dreimal das Konzert eröffnen. Das war wirklich cool. Das war wirklich toll. Warum hat es denn verhältnismäßig lange gedauert? Von Big, dem ersten Album, zu Locomotion. Das waren ja knapp zwei Jahre. Ich glaube, wenn man was rausgibt, sollte es irgendwie auch gut sein. Und einfach nur raushauen, damit es raus ist, bringt auch nicht so viel. Und ich wollte einfach gute Songs und deshalb hat das Album ein bisschen Zeit gebraucht. Worauf hast du denn den Fokus gelegt? Also klar, natürlich Songs, alles selbst geschrieben, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Mit der Band zusammen, genau. Der Fokus des Albums, ich habe vor allem auch in Texten gearbeitet, weil das ist auch ganz wichtig. Und ich wollte einfach eingängige, einfache Songs, die trotzdem auch einen Tiefgang bieten. Also, dass man schnell den Zugang findet und wenn man sich dann mit auseinandersetzt, dass es auch dann immer noch etwas hat. Und nicht nur einfach, einfach so. Genau. Das ist einfach, ich würde sagen, das ist der Fokus. Und halt auch, ich war viel unterwegs, deshalb auch der Titel Locomotion. In Bewegung sein, ob jetzt im Kopf oder mit Körper unterwegs sein, das ist ganz egal. Naja, das stand auch, glaube ich, in diesem Informationstext über dich, irgendwie die Rastlosigkeit, die ihn antreibt. Woher kommt diese Rastlosigkeit? Bist du irgendwie so ein Weltenbummler so ein bisschen? Ja, ich muss einfach irgendwie auch unterwegs sein. Wenn ich dann irgendwie Stillstand habe, dann habe ich das Gefühl, dass ich ersticke irgendwie. Und das ist irgendwie da. Ich kann es noch nicht erklären, aber es muss irgendwie raus. Hattet ihr eine komplette Studiosession oder habt ihr das Album peu a peu eingespielt? Ich habe mit der Band zusammen, haben wir lange vorproduziert. Wir haben dann mehrere Sessions gemacht. Und dann sind wir ins Studio gegangen. Und das war noch lustig, weil wir haben dann gemerkt, dass gewisse Songs, die wir einfach so ein bisschen demomäßig aufgenommen haben, im Demo viel besser klangen als im Studio, wenn man dann sagt, jetzt macht man es richtig. Und wir haben dann das auch so auf der Platte gelassen. Also auch ein bisschen diese Ruhe im Moment, die sind drin. Aber Improvisation spielt dann im Studio schon noch eine Rolle, dass sich ein Song weiterentwickelt oder geht da fast nichts mehr? Doch, ich glaube, diese Momente gibt es auch. Also es soll schon irgendwie klar sein. Es ist nicht irgendwie ein Jazzalbum, wo man einfach ein bisschen was macht. Aber ich glaube, es ist auch immer ein bisschen anders. Auch in der Popmusik darf diese Flexibilität da sein. Wie sieht es jetzt im Rest des Jahres aus? Im Sommer spielst du wahrscheinlich auch die ganze Zeit? Außerhalb der Schweiz auch irgendwo? Nein, leider nicht. Also jetzt spielen wir heute Morgen in Berlin und dann geht es wieder zurück. Und dann im Sommer spielen wir zwei größere Festivals in der Schweiz, das Gurtenfestival und Musikfestwalken in Winterthur und noch kleinere Open Wärts. Und dann ist so ein bisschen mal der Sommer passé und dann im Herbst geht es wieder weiter mit Clubs. Ich würde sagen, anfänglich haben wir jetzt ein bisschen genug gesprochen. Jetzt möchten wir auch ein bisschen Musik hören. Die gibt es natürlich gleich im Anschluss, beziehungsweise auch online bei uns auf der Homepage. Ich sage vielen lieben Dank, dass du da warst. Luca Littl, hier bei Jagaloo. Danke vielmals.